Hallo zusammen zum neuen Tutorial von mir zum Thema Multiroom auf Basis von einem Logitech Media Server. Warum habe ich mich für einen Logitech Media Server entschieden? Das ist eine kostenfreie Variante und mit Pies habe ich sowieso schon gerne gearbeitet und bei mir musste halt irgendwie eine Lösung her. Ich habe doch schon, weil ich mich auch für das Thema interessiere, sehr viele ältere Verstärker, aber die sind halt alle analog. Wie sollte ich die also jetzt heutzutage ansteuern mit Handy oder etc. Diesbezüglich habe ich mir dann ein paar Pies geschnappt und auf Basis von meiner Virtualisierungsumgebung, das ist ein Proxmox, da habe ich einen Container mit einem Debian drauf. Das würde auch wahrscheinlich Ubuntu gehen, können wir auch gerne durchspielen. Da habe ich den Server installiert, die Libraries hinterlegt, also wo ich meine MP3s legen habe, zum Beispiel auf der NAS. Dann könnt ihr eure Lieblings-Internet-Streams, also Webradios, könnt ihr dahinter legen. Spotify funktioniert auch damit, wobei zugegeben, das habe ich noch nie verwendet. Ja und das Ganze übergebe ich von dem Server dann an die Pies. Ich blende es euch auch gerne mal hier ein. Ich habe hier gleich mal für unsere Testumgebung zwei Pies rausgesucht. Ich habe einmal eines, also ob das zwei oder drei ist, ist eigentlich egal. Vier müsste auch gehen, wobei zugegeben, einen Vierer habe ich noch nie gehabt. Und dann entsprechend Soundcutten, da haben wir einmal eine Erweiterungskarte. Das ist zwar ein Nachbau, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, das ist Nachbau von einem DAC Plus. Kriegt man, ich glaube, aus China für 16, 17 Euro. Müsste ich jetzt lügen. Und dann habe ich einmal eine mit einer USB-Soundkarte. Warum das Ganze? Grundsätzlich, klar, die Pies haben Ausgänge. Wir haben hier einmal HDMI-Ausgang und wir haben einmal eine dreieinhalb Klinke. HDMI ist allerdings digital und die meisten alten Verstärker, das wisst ihr selbst, die haben gar keine Möglichkeit dafür. Es gibt zwar Konverter, die kann man auch benutzen, aber die sind in der Regel dann etwas teurer oder mindestens genauso teuer wie so ein DAC Plus. Klar, ihr könntet jetzt den Einwand bringen, dreieinhalb Klinke hat das Gerät ja auch. Ich würde sagen, für eine Testumgebung funktioniert das sehr gut, aber meiner Erfahrung nach ist das teilweise auch Pi-Abhängig. Bei manchen Pies habt ihr Störgeräusche da drin und klingen nicht gut. Kann man darüber streiten, ob eine USB-Soundkarte, die jetzt vielleicht auch gerade mal 5 Euro gekostet hat, jetzt mehr leistet. Höchstwahrscheinlich nicht, aber trotzdem besser teilweise als die Pies. Wie gesagt, die etwas bessere Variante wäre dann, ihr kauft euch einfach eine Erweiterungskarte, die steckt ihr auf die ganzen normale Pin-Leiste hier drauf von einem Pi und dann könnt ihr das auch später entsprechend konfigurieren, dass das als Ausgabequelle genommen wird. So, was kann diese Soundkarte? In dem Fall natürlich das gleiche, also wir haben dreieinhalb Klinke, zusätzlich aber auch dann ein Cinch, was die meisten Anlagen ja sowieso schon haben, weil hier müsst ihr im Konverter arbeiten, hier könnt ihr einfach ein normales, klassisches Cinch-Kabel verwenden. Warum habe ich hier auch zwei? Ich werde euch auch zwei Varianten zeigen wollen. Es gibt einmal ein fertiges Image, das nennt sich PyCore Player. Mit dem PyCore Player installiert ihr das Image auf die Karte und das Ganze funktioniert auch schon. Die Alternative wäre, ihr nutzt einfach ein Raspberry Pi OS. Mit der neuesten Variante installieren wir das dann auch zum Zeigen und müsstet halt die Software der Squeeze Lite installieren, was dann auch als Player fungiert. Warum die zweite Variante? Das ist, sag ich mal, ein bisschen abgespecktes System dann und hier haben wir dann später die Möglichkeit zu sagen, ich möchte selbst tätig werden. Also das heißt, ich werde euch auch am Ende des Videos gerne mal ein paar Beispielplayer zeigen, die ich gebaut habe. Einmal eine Jukebox, einmal habe ich für die Baustellenradio gebaut. Da habe ich aber dann weitere Möglichkeiten gebraucht. Zum Beispiel, ich wollte noch Relais schalten, damit der Verstärker zum Beispiel später eingeschalten wird. Ich wollte in dem Baustellenradio, was ich habe, zum Beispiel auch einen LED-Stripe ansteuern, der zum Takt der Musik ausschlägt etc. Und das geht natürlich nicht mit einem abgespeckten System. Deswegen müsstet ihr ein fertiges Image nehmen. Die Lite-Variante reicht vollkommen aus in den meisten Fällen und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns doch gerade mal dann an die Installation. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Jetzt sind wir auf dem Desktop. Wie versprochen, auch die Umgebung. Das ist eine Proxmox-Umgebung. Das ist also sozusagen meine Virtualisierung. Ist kostenfrei. Funktioniert echt super. Da das auch nur eine Testumgebung ist, auch gleich hierzu, wenn es interessiert, das ist ein Dell T30 mit 32 GB RAM. Funktioniert echt super und ist auch vom Stromverbrauch extrem günstig. Gibt sicherlich günstigere Varianten, aber damit kann ich schon sehr gut leben. So, ich habe auch schon ein fertiges Template heruntergeladen für Debian 11. Das können wir hier, rechten Mausklick, dann Container. Da ich meine Testumgebung in 7er Netz habe, mache ich hier auch eine 7 davor für die ID des Containers. Geben den Kindern Namen. LMS für Logitech Media Server. Der Root braucht natürlich auch noch ein Passwort. So, dann können wir auch weitergehen. Das Image entsprechend auswählen. Debian 11. Hier müsst ihr natürlich für euch entscheiden, grundsätzlich reichen 8 GB locker aus für den Logitech Media Server. Der braucht wahrscheinlich sogar noch deutlich weniger. Jetzt ist es eure Entscheidung. Habt ihr die Musikdateien von euch, habt ihr die lokal auf dem Logitech Media Server abliegen oder habt ihr einfach einen Verweis zum Beispiel auf eure NAS? Da ich das auf eine NAS liegen habe, meine Musiklibrary, ist das in dem Falle für mich vollkommen okay. Okay, dann gehe ich mal weiter. Er braucht auch nicht mehr als ein Core. 512 sind auch vollkommen ausreichend. Ich meine, meine Echtumgebung habe ich dem, glaube ich, sogar 128 MB gegeben. Geben wir auf Weiter. Dann ist das bei mir die Testumgebung 1070er VLAN. Hier entsprechend auch 10, 10, 70, 161. Die habe ich freigegeben der Firewall mit einer 24er Maske. 10, 10, 70, 1 ist das Gateway. Und dann können wir einfach nur auf Fertigstellen gehen. So, wie ihr seht, wird das auch relativ schnell abgeschlossen sein, dass ihr eine neue Maschine ausgerollt habt. Das war es auch schon. Ihr seht sie auch gleich hier. LMS, genau. Und wir starten einfach mal die Maschine. Auch hier, das ist auch völlig euch überlassen, ob ihr jetzt irgendein Terminal benutzt wie Putty oder MOBA X-Term oder sonstiges. Der einfache Weg wäre hier, einfach doppelt zu klicken und da seid ihr auch schon in der Konsole. Gut. Im nächsten Step melden wir uns hier als Route an und das Passwort, das wir natürlich vorher vergeben haben. Wir können jetzt auch hier gegenprüfen, ob das mit der IP-Adresse funktioniert hat. Und wie Sie sehen, funktioniert das Ganze. Wir gucken, ob das Gerät Internet hat. Zum Beispiel auf WebD oder gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, update mal die Maschine. Mit einem Upt Update. Upt Upgrade. Bestätigen das Ganze. Und los geht's auch schon. Wir sehen uns gleich wieder. So, das hat er jetzt an der Stelle auch geschafft. Perfekt. Und jetzt können wir uns eigentlich schon an die Installation machen. Wir bewegen uns in das Stamp-Verzeichnis, das default schon da ist. Da noch ein kurzer Schwenk. Hier. Das habe ich euch schon mal vorbereitet. Den Link wird schon mal posten. Hier könnt ihr sozusagen den Logitech Media Server herunterladen. Das ist aktuell die Stable-Variante. Ich habe bei mir aber auch schon die Nightly installiert. Und die funktioniert auch einwandfrei. Also kann ich auch nur empfehlen in der 3er-Variante. Und dann gucken wir mal hier. Für uns ist das hier das Richtige. Ihr könnt einen Rechtenmausklick drauf machen. Und die Adresse kopieren. Dann gehen wir hier rüber. Und fügen das Ganze ein. Mit einem W-Get natürlich davor. So, wir holen das Ganze ab. So, grundsätzlich könnte man das Ganze installieren. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein paar Abhängigkeiten. Die habe ich euch auch auf meinem Blog verlinkt. Da könnt ihr die dann auch copy-pasten. So, fügen wir einfach mal hier ein. Und los geht das Ganze. Wir werden jetzt stetigen das Ganze. So. Und nun können wir das Ganze auch schon installieren. Auch das werden wir gegenprüfen, ob das Paket da ist. Und wir sehen, es ist hier da angekommen. Genau das hier. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich installieren. Und dazu das hier. Und dann geht das Ganze auch schon los. So, wir wollen das Ganze natürlich gegenprüfen. Und wir kennen ja die IP. Das ist die 10, 10, 70, 161 mit dem Port 9000. Ganz wichtig. Und wie wir sehen, funktioniert das Ganze schon mal. Der Server ist also installiert. Jetzt müsste er nur grundkonfiguriert werden. Wer jetzt diese Maske hier sieht, der wird genauso wie ich denke, öh, wie, ich brauche dafür ein Konto. Möchte ich nicht, will ich nicht. Ja, muss man auch nicht. Wenn man den kleinen Button hier sieht, kann man das Ganze nämlich überspringen. Machen wir auch. Jetzt sehen wir, okay, ich müsste jetzt ausangeben, wo meine Musikdateien liegen. Da ich jetzt natürlich da noch nichts hochgeladen habe. Oder da ich jetzt auch noch kein Mapping habe auf meine NAS. Legen wir jetzt einfach mal einen Ordner an. Ich nenne jetzt einfach mal Temp. So, aktualisieren wir die Seite nochmal. Überspringen das Ganze. Und wir haben hier einen Temp-Ordner. Da werde ich dann später auch eine Datei reinlegen, dass man das auch mal abspielen kann. Und dann können wir das hier angeben. So, weiter. Er will jetzt auch noch Wiedergabeliste ordnen. Wir nehmen einfach mal den gleichen. Weiter. Und ihr seid fertig mit eurem Logitech Media Server. Jetzt fehlen euch natürlich die entsprechenden Player dazu. Das heißt, ihr habt jetzt die Basis geschaffen. Ihr stellt mit diesem Logitech Media Server eure Radio-Streams oder Musik-Library zur Verfügung. Jetzt muss die natürlich abgeholt werden von verschiedenen Playern. Es gibt echt verschiedene Varianten. Aber die, die ich in der Regel verwende, ist einmal entweder Pi-Core-Player. Das heißt, ein Player, der nichts können muss, außer Musik abspielen. Dann ist das vollkommen okay. Wenn er natürlich ein bisschen mehr können soll, wie was er ein Pi natürlich auch noch könnte, wie ein Relais schalten, LED-Stripes ansteuern, etc. Dann, wie gesagt, würde ich eine Installation von einem Raspberry Pi OS-Image machen und halt entsprechend die Software Squeezelite installieren. Das würde ich mit euch auch gerne zusammen durchgehen. Und die Images habe ich entsprechend auch schon runtergeladen und machen wir es so einfach zusammen. So, zum Thema Image auf Karte spielen. Ich gehe jetzt schlichtweg davon aus, dass die Leute, die mir zuschauen, sich schon mal mit dem Thema Raspberry beschäftigt haben und wie man entsprechend ein Image auf die Karte schreibt. Ich werde es zur Vollständigkeit trotzdem mal, falls doch noch Anfänger bei euch dabei sind, kurz zeigen. Wir machen es ganz kurz. Eine Micro-SD-Karte wird benötigt. Ich habe auch einen SD-Karten-Adapter, also sprich Micro-SD-Karte auf SD-Karte, weil ich letztendlich nur einen SD-Karten-Slot in meinem Rechner habe. Ich stecke die Karte da rein. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Karte ist. Kann sein, dass ich schon mal Benutzung hatte. Ja, ist auch so. Da sind halt schon Daten drauf. Die möchte ich dann sauber löschen. Okay, die war auch schon mal im Raspberry drin. Viele von euch werden jetzt hergehen und wahrscheinlich sagen, okay, ich mache einen rechten Mausklick und gehe auf Formatieren. Ich hatte in der Vergangenheit nicht so ganz das Glück, dass das 100% funktioniert hat. Deswegen gehe ich lieber den sicheren Weg und gehe mit der Eingabeaufforderung. Ich habe sie jetzt in der Taskleiste. Wenn ihr sie da nicht habt, dann sagt ihr einfach Windows-Taste drücken. Ihr tippt CMD ein. Und da dann rechten Mausklick, beziehungsweise jetzt auch hier als Admin ausführen. Dann habt ihr eigentlich das gleiche Fenster wie ich hier. So, dann sagen wir Diskpart in einem Wort. Er wird jetzt nichts anderes machen, wie wenn ihr rechten Mausklick macht und sagt Datenträgerverwaltung. Ich ziehe das mal etwas größer. So, das sind meine ganzen Datenträger. Und wie ihr seht, das ist eine große Platte, eine 32 GB SD-Karte. Und die setzt sich zusammen aus diesen Partitionen. So, das ist die 7. Wir schauen es uns trotzdem an. List Disk. Jetzt listet ihr alle auf, welche Speichermedien er hat. Und wir sehen hier, okay, die 7er, das ist schon die richtige. Alles klar. Ja, dann sagen wir List, nee, Moment, wir müssen es erstmal in Benutzung nehmen. So, Select Disk 7. Okay, dann möchte ich mir auch diese Partition anzeigen lassen, also List Partition. So, und dann bekommen wir genau diese drei, die ich hier links sehe, auch angezeigt. Und die möchte ich jetzt alle weg haben. Also sagen wir, also wir müssen es erstmal in Benutzung nehmen, also Select Partition 1, Delete Partition. So, okay, wir sehen links, es ist verschwunden. Jetzt einfach mit der Pfeiltaste nach oben, bis ihr da seid, was wir schon mal getippert haben. Machen da eine 2 draus, sagen, okay, wieder einen Pfeil nach oben, Delete Partition. Und somit beschleunigt ihr das Ganze. So, wir wollen jetzt noch die 3. Und Delete Partition. Und somit ist die Karte auch komplett leer. Für mich ist die Eingabeaufforderung abgeschlossen. Ich kann jetzt ganz klassisch hierher gehen. Ich kann sagen, neues Volume, weiter, 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 fertigstellen. Und jetzt ist es soweit durch. Und wir können hergehen und können dann das Image auf die SD-Karte schreiben. Dann, bis gleich. So, okay, Karte haben wir gelöscht. Jetzt müssen wir eigentlich das Image installieren. So, in unserem Fall brauchen wir jetzt zwei Stück. Wir wollen ja einmal zeigen mit dem PyCore Player, das einfach ein fertiges Image ist, was euch das Ganze echt erleichtert. Und dann möchte ich euch noch die andere Variante zeigen, wie man es mit dem Raspian machen kann, weil ich zum Beispiel noch weitere Gimmicks damit nutze mit meinem Player. Zum Beispiel LED Stripes etc., die ich halt blinken lasse. Das geht mit dem fertigen Image halt nicht. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie. Gut, schließen wir das mit PyCore schnell ab. Den habe ich auch schon heruntergeladen. So, da haben wir das Image. Öffnen. Und dann sagen wir einfach, die Karte, das ist die, die wir vorhin gelöscht haben. Sag mal Write. Wir müssen natürlich bestätigen, dass wir uns sicher sind. Und in dem Fall ist es ein sehr kleines Image. Und das geht auch relativ rasant durch. So, wir sind durch. Perfekt. So, können wir das Ganze schließen. Und wir wechseln dann kurz auf die andere Kamera. Und ja, dann seht ihr das PyCore kurz. Bis gleich. So, um das Ganze zu beschleunigen, habe ich jetzt auch schon das andere Image gleich auf die Karte geschrieben. Der Weg ist eigentlich der gleiche. Karte löschen, Image drauf spielen, fertig. So, dann wechseln wir kurz auf die andere Kamera. Und hier habe ich schon mal die zwei Pys, von denen wir gesprochen haben. Wir haben einmal das hier. Das werden wir dann nur mit der USB-Karte einfach mal bespielen. Und dann haben wir einmal das hier. Gut. Da ich jetzt ein bisschen Kabelmangel habe und ohne, dass es so wild hier jetzt aussieht, lasse ich das jetzt erstmal so liegen. Was habe ich hier, wie ich schon sagte eingangs, ich habe nur Netzwerkkabel. Ich brauche keinen Monitor, Tastatur, Maus. Und zu der Soundkarte habe ich natürlich schon die Anlage mit angeklemmt, damit ihr auch seht, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Wir geben den ganzen Strom. So, das Pi fährt hoch. Und wir sehen uns gleich wieder. Gleich wieder. So, das sehen wir jetzt auch wieder. Das Pi habe ich angeschlossen mit dem Image vom Pi-Core-Player. Und ich habe auch schon geguckt in meiner Firewall, was die, die macht in DHCP auch in dem Netz, was die dem Gerät für eine IP gegeben hat. Also, wir haben die 10, 10, 70, 13 und das Ganze auf HTTP. Das heißt, ihr müsst natürlich HTTP, Doppelpunkt, Test, Slash und die 10, 10, 70, 13 in meinem Fall eintippern. So, dann müssen wir unsere Grundkonfiguration machen. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir sehen hier USB-Audio. Das ist ja auch die USB-Karte, die ich dran habe. Und speichern das Ganze. Ja. Da muss das Gerät wahrscheinlich auch mal kurz rebooten. Wir geben dem Kind aber auch ein Abo. Wir lassen einfach mal den Namen da so stehen. So, da sind wir jetzt auch beim Logitech Media Server. Und ja, wie ihr seht, er hat ihn gefunden. Also ein Pi-Core-Player. Und dann können wir ihm auch schon mit der Musik abspielen lassen. So, die eigene Musik. Gleich vorweg, in dieses Temp-Verzeichnis, was ich euch vorhin gezeigt habe, habe ich eine Musikdatei hochgeladen. Und das ist sie auch schon. Und da könnt ihr jetzt auch gleich was hören. Das heißt, hier könnt ihr die dann reinladen mit dem Play. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Aber im Hintergrund spielt schon die Musik. Das hat an der Stelle funktioniert. Dann würde ich sagen, wechsle ich schnell die Pies. Und dann machen wir das auf Squeeze-Lite-Basis. Bis gleich. Jawohl, da sind wir wieder. Und ich habe es mir mal erlaubt, mal ein bisschen vorzugreifen. Also, das Raspberry Pi OS habe ich auf die Karte installiert. Das hatte ich ja von erwähnt. Steckt im Raspberry drin. Raspberry ist hochgefahren. Ich habe jetzt noch den Benutzer aus Passwort gewechselt. Und das Update gemacht. Weil das Update hat schon eine Weile gedauert. So, jetzt ist das Ding eigentlich, kann man sagen, noch immer noch jungfräulich. Nur, dass es halt auf dem aktuellsten Stand ist. Und auch hier, die Installation ist wirklich easy. Also, up, install und dann squeeze, squeeze, slide. Das war es schon. Er fragt jetzt gleich nach den Abhängigkeiten. Ob wir die installieren wollen. Natürlich müssen wir die installieren. Das tun wir auch. Dann geben wir ihm ein paar Sekunden. Jawohl, da ist er auch schon durch. Perfekt. Und da können wir auch schon weitermachen. Beziehungsweise, er müsste sogar fast schon hier aufgelistet werden. Ja, perfekt. Okay, warum heißt er jetzt Raspberry Pi? Klar, weil ich noch keinen Namen, keinen Hostname vergeben habe. Deswegen nimmt er den, den er halt default selbst hat. Aber das ist auch kein Thema. Wir müssen sowieso noch eine Kleinigkeit ändern. So, jetzt gehen wir mal in die Config rein. Default in ein Squeeze-Line. Und da seht ihr es eigentlich auch schon. Das ist der Grund hier oben. Er nimmt halt einfach den Hostname von dem Pi. Und dem Pi habe ich halt noch keinen Namen gegeben. Ergo ist es standardmäßig Raspberry Pi. Wenn man das ändern möchte, entweder müsste man den Hostname ändern. Oder wenn es euch nicht stört, könnt ihr es auch direkt hier machen. Was nehmen wir denn? Das ist ein Player für die Küche. Okay. Dann sagen wir Player. Küche. Küche. So, das Ganze speichern wir. Okay. So. An der Stelle müsst ihr natürlich noch den Dienst neu starten. Squeeze-Line. Restart. So. Und da dürfte eigentlich auch gleich was passieren. Vielleicht müssen wir auch die Seite aktualisieren. Ah, Player-Küche. Er hat es geändert. Also, perfekt. Das wäre schon mal das, was wir haben wollten. Jetzt würde auf den Default-Ausgabegeräten auch entsprechend Musik abspielen. Da wir ja aber jetzt diese Erweiterungskarte drauf haben, müssen wir die natürlich auch noch einrichten an der Stelle. Ja, die Änderung, die nehmt ihr in der Boot-Conflict vor. Auch da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Rein technisch gesehen könnt ihr hier das auf Off setzen, weil ihr benutzt sie ja gar nicht mehr. Ich lasse jetzt einfach mal an. Ist egal. Und hier habe ich schon mal eingetragen. Das Wichtige ist halt, ihr müsst passen zu eurer Karte. Das müsst ihr, ja, wenn ihr sie kauft, werdet ihr wahrscheinlich hoffentlich die Info haben. Bei mir ist es halt ein Duckplus. Muss man dementsprechend so eintragen. Wenn ihr das getan habt, ich habe es jetzt vorgegriffen, weil noch ein Reboot fällig wäre und da hatte ich jetzt auch keine Lust zu. Könnt ihr mit Squeeze-L, okay, das passt nicht ganz. Könnt ihr das dann so entsprechend eintragen. Äh, er sehen meine ich. Und zwar seht ihr, wo ist er denn genau? Da, genau. Das ist er. Das könnt ihr dann so übernehmen. Und erst das in die gleiche Config, wo wir eben waren, eintragen. So, das heißt, wir kopieren uns jetzt den Pad, den ich gerade erwähnt habe. Wenn ich da gerade wieder finde. Da, genau. Den, den hier. So, dann wieder zurück in die Config. Default. Squeeze-Lite. So, dann könntet ihr das hier. Ach, ich habe es schon mal für die Vorbereitung zum Zeigen auskommentiert. Das hier wäre jetzt, ähm, sozusagen das, was ihr eintragen müsst. Speichert das Ganze. Und dann, wenn ihr den Dienst neu startet, äh, dann müsste es hoffentlich gleich was zu hören sein. Oh, ich höre was. Gut. Also, soweit, so gut. Ähm, somit ist man eigentlich wieder Installation durch. Ähm, ihr habt jetzt natürlich, äh, bis jetzt nur die Einstellung gesehen, die ich hier über die, äh, Web-Oberfläche gemacht habe. Ähm, natürlich müsst ihr das nicht am Handy mit, äh, kleinster Auflösung da jetzt, äh, versuchen, euren Logitech Media Server zu, äh, zu steuern. Ne, dafür gibt es natürlich entsprechende Apps. Also, ich kann euch sagen, für, ähm, für, äh, Android gibt's Squeezer. Ähm, ja, ich muss zugeben, mit, äh, Apple bin ich nicht so bewandert. Ich müsste mal gucken, was es da so gibt. Aber, wie gesagt, es gibt Apps dafür. Da könnt ihr die ganz bequem steuern. Ihr könnt es auch in eure Hausautomation einbauen. Ich hatte es damals schon in Fehm drin. Ähm, ähm, ich hatte, ich habe jetzt eigentlich auch in meinem Home Assistant drin. Aber ganz ehrlich, ich benutze in der Regel fast nur die App. Also insofern. So, da sind wir auch schon durch. Wie ihr gesehen habt, ist das eigentlich eine relativ einfache Sache. Ähm, der Logitech Media Server ist in wenigen Sekunden installiert mit ein paar, äh, Comments. Und auch die Pi's, wenn ihr nur im Pi-Core nutzen wollt. Ihr habt es gesehen, das Image ist nicht mehr zwei Minuten auf der Karte. Reinstecken, Gerät starten, funktioniert. Das ist eine echt coole Sache. Kann ich nur immer wieder weiterempfehlen, bevor man teure Lösungen kauft. Wenn man sich damit beschäftigen möchte, kann man das auch günstig haben. Und vor allen Dingen, man muss nicht immer alles wegwerfen und kann die alten Verstärker wieder weiterverwenden. Im Anschluss werde ich euch noch ein paar Bilder zeigen von den Umbauern, die ich bis jetzt gemacht habe. Die bei mir in den ganzen Räumen eben rumstehen und genutzt werden entsprechend. Ich danke euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Euch hat es geholfen. Lasst mir ein Like da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Vielleicht für zukünftige Tutorials. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Musik 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 Musik